So, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wir freuen uns jetzt zu unseren Feststühlen zum ersten Mal Elvis vorzuführen. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt gleich ein Elvis-Kostüm auf die Bühne kommt, oder? Nein? Ihr habt kein Elvis-Kostüm für mich. Oh, schade. Jetzt habe ich extra zehn Kilo zugenommen. Schade, dann müssen wir das irgendwie anderweitig Elvis imitieren, und zwar stimmlich. Seid ihr gut drauf? Seid ihr Elvis? Ja, wir sind alle Elvis. Na, dann schauen wir mal. We can't go out together, but suspicious minds. We can't go out together, but suspicious minds. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020